Die Kaiserin von Österreich. Wir stehen kurz vor einem Krieg gegen Preußen. Franz, dann gibt es einen Blutvergieß in einem Ausmaß, wie es Europa nie gesehen hat. Wir beide zusammen. Das bedeutet mir alles. Es brechen harte Zeiten an, Sissi. Schaffst du das? Streaming now on WLRN Passport. Die Kaiserin von Österreich. Ich habe das Ausmaß.